Der Fall Cecile Blöck begann am 5. Mai 1986 in Paris, Frankreich. An diesem Tag wurde die elfjährige Cecile Blöck leblos aufgefunden, nachdem sie ihr zu Hause verlassen hatte, um zur Schule zu gehen. Die Polizisten des 36. Pariser Polizeipräsidiums leiteten noch am selben Tag eine Untersuchung ein. Die Umstände der Tat wurden ermittelt und ein Phantombild des mutmaßlichen Täters wurde veröffentlicht. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass der Täter in weitere schlimme Taten verwickelt war, sodass er eine blutige Spur hinter sich ließ. Psychokriminologen, Privatdetektive und genetische Identifizierungstechniken sollten bei diesem Fall zum Einsatz kommen und ihn damit zu einem der spannendsten Fälle in ganz Frankreich machen. Mehr als 35 Jahre lang blieb der Täter unerfindbar. In den Medien nannte man ihn nur der Pockennarbige. Erst 2021 konnte das Rätsel dieses Falles gelöst werden. Damit herzlich willkommen. Susanne und Jean-Pierre Blöck lebten gemeinsam in Paris. Sie arbeiteten beide für eine französische Sozialversicherung. Im Jahr 1986 war ihre gemeinsame Tochter elf Jahre alt. Cecile hatte noch einen 24-jährigen Halbbruder namens Luc, der an einer Universität in der Molekularbiologie forschte. Cecile war immer die letzte, die morgens das Haus verließ. Gegen 8.45 Uhr machte sie sich zu Fuß auf den Weg zu ihrer Schule. Nach der Schule aß sie dann alleine zu Hause Mittag und ging schließlich zum Geigenunterricht, den sie kein einziges Mal verpasste. Sie liebte die Musik, war Mitglied eines Jugendorchesters und erhielt sogar einen Preis für hervorragende Leistung. Am Montagnachmittag des 5. Mai 1986 rief Susanne Blöck dann wie jeden Tag zu Hause an, um sich zu vergewissern, dass Cecile zum Mittagessen nach Hause gekommen war. Zu ihrer Verwunderung ging aber niemand ans Telefon. Sofort rief sie bei der Schule an, um nachzufragen, was los sei. Doch auch die Lehrer sagten ihr, dass Cecile heute nicht zum Unterricht erschienen war. Der Vater von Cecile wurde darüber informiert und er fuhr sofort nach Hause. Die Wohnung der Familie war leer und die Schultasche von Cecile fehlte. Er beschloss den Weg zur Schule abzugehen. Dieser war knapp einen Kilometer lang und ging an einigen kleinen Läden vorbei. Jean-Pierre sprach die Ladenbesitzer an, ob sie seine Tochter gesehen hatten, doch es schien so, als wäre sie an diesem Morgen nicht ihren regulären Weg gegangen. Noch bevor die Polizei nach dem Mädchen suchen konnte, machte sich der Hausmeister des Wohnkomplexes gegen 14 Uhr auf die Suche. Eine Stunde später, um 15 Uhr, fand er dann im dritten Untergeschoss des Hauses einen unbeleuchteten Kellerraum, der als Abstellraum für die Hausmeister und die Angestellten der Verwaltung diente. In diesem Raum sah er dann ein Stück eines alten Teppichs. Im Teppich war die leblose Cecile eingewickelt. Eine Untersuchung des Tatorts ergab dann, dass jemand mit einem scharfen Gegenstand der Elfjährigen das Leben genommen hatte. Es wurden außerdem Rückstände von Samen am Tatort gefunden. Die Tatwaffe selbst konnte nicht gefunden werden. Die Ermittler zögerten, die Wohnung der Eltern zu durchsuchen, da diese durch den Fund am Boden zerstört waren. Da die Polizei aber wegen eines anderen Falles, den des kleinen Gregoris, in der Kritik stand, entschieden sie sich schließlich doch dazu, die Wohnung zu durchsuchen. In der Wohnung selbst fanden die Ermittler dann keine verdächtigen Spuren und auch keine Anzeichen eines Einbruchs. Als sie dann aber das ganze Gebäude untersuchten, fanden sie extrem viele Hinweise. Die Sprechanlage an der Tür war kaputt, obwohl sie erst drei Tage zuvor repariert wurde. Die Tür zum dritten Untergeschoss, wo Cecile gefunden wurde, war auch seit mindestens einem Tag blockiert gewesen und das Licht der Treppe vor der Wohnung der Familie war zerstört worden. Ebenso hatte jemand einen der beiden Fahrstühle ausgeschaltet. Anwohner erzählten daraufhin, dass sie am Tag der Tat einen fremden Mann gesehen hatten. Der Mann habe sehr unreine Haut gehabt und soll zwischen 7.30 Uhr und 9.15 Uhr im Gebäude gewesen sein. Für die Polizei wurde der Mann aus dem Aufzug ein Verdächtiger, wenn nicht sogar der Hauptverdächtige. Nachdem die Ermittler mit dem Haus fertig waren, erweiterten sie ihre Suche auf die komplette Gemeinde. In der direkten Umgebung gab es 850 Wohnungen. Eine Riesenaufgabe für die Polizei. Sie befragten Anwohner und Ladenbesitzer und durchsuchten sogar Fahrzeuge nach der Tatwaffe. Der Bruder von Cecile befand sich mit dem gesuchten Mann sogar in einem Fahrstuhl, weshalb er ihn ganz gut beschreiben konnte. In den Medien wurde er aufgrund seiner Haut dann zum Pockenabigen. Die Autopsie von Cecile bestätigte nun dann das, was man am Tatort schon feststellte, aber durch die Spuren konnten auch Fingerabdrücke und DNA des Täters aufgenommen werden. Die Ermittler gingen davon aus, dass es nur ein einziger Täter war und dies nicht seine erste Tat war. Deshalb wurde auch eine eigene Division gegründet, die sich damit beschäftigte, alte Fälle zu betrachten und diese mit dem neuen Täter zu vergleichen. Sofort stach ihn eine Kriminalserie ins Auge, denn bei dieser Reihe von Verbrechen beschrieben die Zeugen einen Täter mit ungleichmäßiger Haut, genau wie beim Pockenabigen. Besonders ein Fall vom 7. April 1986 wies extreme Ähnlichkeit zum Fall Cecile auf. Auch hier wurde ein achtjähriges Mädchen in einem Fahrstuhl von einem Mann entführt, der sich dann an ihr vergriff und sie dann im Keller zurückließ. Das Mädchen überlebte zum Glück und gab den Polizisten dann eine Beschreibung des Täters. Die Polizisten waren sich sicher, dass der Pockenabige auch hinter dieser Tat steckte. Wochen und Monate gingen ins Land. Ende Mai zog die Familie von Cecile dann aus der Gemeinde weg. Spuren gab es wenige und auch durch Fahndungsfotos kamen keine neuen Hinweise ein. Doch dann meldete sich plötzlich ein Vermieter, der sagte, dass einer seiner Mieter der Täter sei. Er hätte ihn von den Fahndungsfotos erkannt. Der Mann war bereits ein bekannter Straftäter, der zuvor für ähnliche Taten im Gefängnis saß. Die Polizei fuhr direkt zu ihm und nahm ihn mit auf die Wache. Dort gestand er die Tat. Jedoch er gab ein Bluttest, dass er eine andere Blutgruppe hatte als der tatsächliche Täter, weshalb er wieder freigelassen wurde. Die Polizisten verloren langsam die Geduld. Der Täter könnte jeden Moment wieder zuschlagen und sie waren ihm immer noch kein Stück näher gekommen. Es verging über ein Jahr. Am 27. Oktober 1987 wurde dann ein 14-jähriges Mädchen von einem Mann in einem Fahrstuhl angesprochen. Er sagte ihr, dass er Polizist sei und er ihre Personalien aufnehmen wolle. Dafür müssen sie in ihre Wohnung gehen. In der Wohnung angekommen, richtete der Mann dann eine Pistole auf das Mädchen und vergriff sich an ihr. Als er fertig war, floh er dann. Auch wenn diese Tat nicht dem Modus operandi des Pockennarbigen entsprach, legte die Polizei ihr ein Fahndungsfoto von ihm vor. Das Mädchen bestätigte, dass es dieser Mann gewesen sei, er jedoch keine Pocken mehr hatte. Bis zum Ende des Jahres 1987 wurden dem Pockennarbigen aufgrund seiner Beschreibung und seiner Vorgehensweise zwölf Verbrechen zugeschrieben. Nur zwei seiner Opfer waren Erwachsene. Im Januar 1989, als die Ermittlungen zu einem Stillstand kamen, verlor die Mutter von Cecile bei einem Autounfall das Leben. Vier Jahre später wurden die Ermittlungen offiziell eingestellt. Für die Pariser Kriminalpolizei blieb die Akte jedoch immer offen. In England wurde 1986 ein Verbrecher namens Colin Pitchfork zum ersten Mal in der Weltgeschichte dank einer genetischen Identifizierungstechnik identifiziert, die ein Jahr zuvor von dem britischen Genetiker Alec Jeffreys entwickelt worden war. In Frankreich wurde die Genanalyse, die sich auf Körperflüssigkeiten wie Speichel, biologisches Gewebe wie Hautfragment oder Haare beziehen kann, Anfang der 90er Jahre in das technische Arsenal der Justizpolizei aufgenommen. Um die Richtlinien für ihre Anwendung festzulegen, kündigte der französische Gesetzgeber am 29. Juli 1984 ein Bioethikgesetz an, das sich auf den Respekt vor dem menschlichen Körper bezog. Am 26. April 1996 erhielt die Kripo der Pariser Staatsanwaltschaft die Erlaubnis, neue juristische Untersuchungen einzuleiten, da neue Informationen vorlagen, die es nun ermöglichten, ein DNA-Gutachten zu erstellen. Grundlage dafür waren die Samenspuren, die an dem Tatort gefunden wurden. Durch diese Technik konnte endlich Verbindung zwischen den einzelnen Fällen hergestellt werden, jedoch wurde immer noch kein Täter dadurch ausgemacht. Während die Ermittlung allerdings in diesem Fall eingestellt war, geschahen noch einige andere Taten, die in direkter Verbindung mit diesem Fall standen. Im Sommer 1994 ermittelte die Polizei in einem Fall von Entführung, in dem ein elfjähriges Mädchen von einem Mann entführt wurde, der sich als Polizist ausgab. Das Mädchen konnte den Täter danach nicht auf den Fahndungsfotos erkennen, bis sie ein Bild des Pockennarbigen sah. Sie sagte der Polizei, dass dies der Mann war. Die Polizei fragte sich nach dieser Tat dann also, was der Pockennarbige zwischen den Jahren 1987 und 1994 getan hatte. War er im Gefängnis? War er im Ausland? Wieso gab es in dieser Zeit keine Taten? Eine weitere Tat geschah ebenfalls im Jahr 1987. Es war zu der Zeit, in der die Polizei noch aktiv nach dem Pockennarbigen gesucht hatte, als sie die Überreste eines Mannes und einer Frau in einem Hotel fanden. Jemand hatte sie dort gefesselt und ihnen das Leben genommen. Erst 2001 konnte die gewonnene DNA vom Tatort verglichen werden und auch hier gab es einen Treffer mit dem Pockennarbigen. Er stand nun in bestätigter Verbindung mit über sechs Fällen. In Frankreich betrieb man erst seit dem Jahr 1998 Profiling von Kriminellen. Deshalb wurde im selben Jahr der Psychologe Pierre Leclerc der erste offizielle Kriminalanalytiker der Polizei in Paris. Für den Fall Cecile wurden einige Psychologen dazugezogen, jedoch ohne Erfolg, weshalb die Ermittler das Vertrauen in sie verloren hatten. Erst als 2002 Privatpsychologen dazukamen, konnte ein detailliertes psychokriminologisches Profil des Pockennarbigen erstellt werden. Der Vater von Cecile gab die Hoffnung nie auf, den Täter zu finden. Er legte sich mit der Polizei an, um Einsicht in die Akten zu bekommen und es schien so, als würde die Polizei ihm nicht helfen wollen, da sie ihm nicht einmal Bescheid gaben, dass der Fall wieder geöffnet wurde und sie neue Untersuchungen anstellten. Daher heuerte er einen Privatermittler an, der ihm dabei helfen sollte. Dieser schien zuerst auch sehr kompetent und sie fanden einige Verbindungen zwischen Taten rund um Frankreich und den Pockennarbigen. Dies ging so weit, dass sie einen DNA-Test anforderten für einen Verdächtigen, von dem sie glaubten, dass er der Täter sein könnte. Der Test kam negativ zurück. Weitere wilde Theorien kamen über die Jahre immer wieder ins Tageslicht. Ein anderer Privatdetektiv, den der Vater angeheuert hatte, behauptete, dass der Pockennarbige ein Geheimagent der Regierung sei. Ein anderer Schriftsteller behauptete, dass er die Identität wisse, er aber noch Jahre bräuchte, um dies zu bestätigen. Auch behaupteten einige, dass der Täter wirklich ein Polizist war und sich eben nicht nur als einer ausgab. Die Polizei befragte bis zum Jahr 2005 über 250 Personen, nahm 4000 DNA-Profile zum Vergleich auf und konnte trotzdem keinen einzigen Treffer erzielen. Es war fast so, als hätte es den Täter nie gegeben. Im Jahr 2011 verstarb der Vater von Cecile. Er starb voller Trauer und Wut und konnte nie herausfinden, wer der Täter war. Es waren mittlerweile über 25 Jahre seit der Tat vergangen. Es war auch zu dieser Zeit, in der eine neue Technik eingeführt wurde, mit der man DNA-Proben auch Familien zuordnen konnte. So konnte man herausfinden, ob jemand aus der eigenen Familie in der Datenbank war und so leicht an den Täter rankommen. Dieses Verfahren wurde mit 2,2 Millionen Einträgen in der Datenbank verglichen, es gab aber danach immer noch keinen Treffer auf den Pockennabigen. Im Jahr 2002 wurde eine neue Software eingeführt, die Fälle anhand von Fakten und Daten miteinander verbinden sollte und den Ermittlern so Denkanstöße geben könnte, wenn es um mehrere Taten ging, die vielleicht von ein und demselben Täter ausgübt worden waren. Als Test, wie gut das System funktionierte, wurde ein Fall aus dem Juli 1994 in das System eingespielt. Bei diesem Fall ging es um eine 19-Jährige, die in einem Wald leblos aufgefunden worden war. Wenige Tage zuvor war sie von einem Fremden entführt worden. Das System sagte den Ermittlern dann, dass es große Ähnlichkeiten zwischen diesem Fall und dem Fall des Pockennabigen gab. Insbesondere die Würgemaler am Hals seien identisch mit denen der anderen Taten, die ihm mittlerweile zugesprochen wurden. 2015 stellte das System dann eine weitere Verbindung zwischen dem Fall Cecile und einem Fall aus dem Jahr 1991 her. 1991 wurde eine Immobilienmaklerin namens Sophie leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Auch bei ihr wurden Samen gefunden, jedoch konnte dies nicht in die Datenbank aufgenommen werden, da die Polizei diese verlegt hatte. Dies war für die Polizisten dann eine Bestätigung, dass der Pockennabige auch zwischen den Jahren 1987 und 1994 aktiv gewesen war. Ende 2017 umfasste die Gerichtsakte zum Fall Cecile nun neun Taten, die alle von demselben Mann ausgeübt worden waren. Bei sechs der Taten konnte eine eindeutige Verbindung durch DNA hergestellt werden. Die Tat an der Immobilienmaklerin wurde nicht offiziell dazu gezählt, aber von den gleichen Polizisten behandelt, sodass man von insgesamt zehn Opfern ausgehen könnte. Im Laufe des Jahres 2021 beschloss die Pariser Kriminalpolizei, 750 ehemalige Polizisten zu befragen, die zum Zeitpunkt der Taten in der Region Paris tätig waren. Ziel der Ermittler war es, DNA von verdächtigen Polizisten zu nehmen, in der Hoffnung, dass der Täter sich unter ihnen befand. Am 29. September 2021 nahm sich ein 59-jähriger Mann namens François Verov in seinem Haus das Leben. Er war ehemaliger Polizeibeamter. Er stand ebenfalls auf der Liste der 750 Polizisten, die befragt werden sollten. Wenige Tage bevor er befragt werden sollte, verschwand er plötzlich, was die Polizisten stutzig machte. In seiner Wohnung wurde dann ein Brief gefunden, in dem er gestand, dass er mehrere Verbrechen begangen hatte. Er gab darin zu, dass er der Mann mit dem pockennarbigen Gesicht war. Er wäre zu diesem Zeitpunkt schon über 35 Jahre lang auf der Flucht. Am 30. September 2021 konnte durch DNA-Proben bestätigt werden, dass François Verov der pockennarbige Mann war. Ein Polizist, der seine Macht missbrauchte, um Kindern zu schaden, der jahrelang bei den Ermittlungen half, um Spuren zu verwischen. Das Verfahren gegen ihn wurde nach seinem Ableben eingestellt. Dadurch gilt er bis heute rechtlich als unschuldig. Die Identifizierung und die Geständnisse von François Verov bedeuten jedoch nicht das Ende der Ermittlungen. Die Ermittler müssen immer noch den Weg des Täters zurückverfolgen, um zu versuchen, die genauen Umstände der Taten festzustellen und Verbindungen zu anderen bis sehr ungelösten Fällen zu finden. Denn wer weiß, wie viele Taten dieses in einer Uniform getarnte Monster noch begangen hat. Gute Nacht, Dont. Bleibt gesund. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020